ja okay also links sagt links 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 und ich dachte bei es mit es reagiert gar nicht doch doch vorher was kann ich wieder rein und dann ist ja los wachposten nene es ist bremsen ja alles gut also griff auf dem sink in den schieb als müssten wir cool das ist ein staudamm ich weiß wo wir rauskommen ja 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 es ist die straße wo wir an der feuerwehr oder am berg da jetzt genau so so der elektro weiß ja dann auch wieder links erstmal die küste entlang bis berenzin oder 15 minuten haben wir noch eins könnte knapp werden ich weiß nur 80 ne ach ne 85 ok ich hätte aber noch ein gang ich könnte noch schneller nur ich traue es mir nicht weil wenn dann ein leck kommt sind wir tot deswegen das abenteuer geht ja morgen schon weiter lieber einen tag später im lager angucken ja ist doch apokalypse hat man zeit naja noch mal gute vier stunden und dann sonntag wieder abend noch mal richtig also da war schon den umzug den umzug und ich werde die bauteile mal ausprobieren das interessiert mich jetzt dass ich das vorher nicht gesehen habe naja schon gesehen na Mist doch ich weiß nicht Anna wenn du da das waren bestimmt die zombies wenn du da mit vollem mit vollem Karacho angefiffen kommst das kann ich mal ganz schnell in die Hose gehen ey ich frage mich gerade ob er dann eher so rüber in die luft oder ob er wie so gegen eine steinwand ja ich denke mal eher gegen eine steinwand ja denke ich mir auch sag mal was ist denn das ja elektro ach wie schon Zombies hier rumlatschen ja möchte hier nirgendwo stecken bleiben na gut so viele sind es gar nicht Leitern, Blumentöpfe, alles im Angebot heute und hinter uns sind die Schnäppchenjäger aber das würden wahrscheinlich mehr werden wenn der ja definitiv hast du damals gesehen am Airfield wo dieser Klumpen am Auto geklebt hat dieser Zombie Klumpen wenn wir noch jung und unerfahren waren wo sie mich gefressen haben wir haben sie ja gar nicht, ich bin verblutet was ist denn hier los? was seid ihr denn für welchen? ach die Westen kommen erst später das sind die da unten, die haben da am Hafen gearbeitet ja die Container da hier ist nicht mehr wir müssen also nicht mal was gemacht haben ja jetzt latsch mal auf der Straße rum gucken ob einer kommt die wir fressen können naja das übliche halt auf der Gefängnisinsel wollen wir auch noch nicht das ist die Große ne da müsste ich jetzt auf die Map gucken, das könnte gefährlich werden das müsste die Große sein ja das ist Berlinski das ist Berlinski Berlinski und Castle steht da drauf mhm nix von Prison oder das ist davor die Insel also irgendwo auf irgendeiner Insel steht ein Gefängnis nix nix hier die Inseln ist keiner ok so eine Leuchtturm nix hier ist kein Gefängnis hm irgendwo muss hier ein großes Gefängnis sein das war meiner Meinung nach auch eine Insel also es muss nicht Skaliskie sein das kann auch eine andere Insel sein oder das hier sind einige Gebäude hier wo dieses Kassel da ist aber das ist ja wieder dieses ja achso das ist diese Ruine die Große hm ne Ruine achso Ruine warte mach ich halt mal kurz ach ne ich fahr lieber weiter aber hier gibt auch keine Brücke rüber ne 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 Brücke gibt es da nicht ne Brücke gibt es nicht da muss man echt wirklich schwimmen also schwimmen und dann musst du dir ein Feuer machen dass die Klamotten wieder auch trocken weil ich glaube Schiffe Boote ist ja da kommt vielleicht alles noch gut möglich nur ne Frage der Zeit gut möglich da siehste ne Kase ja ja Bogteile schon hm irgendwo liegt doch das Schiff oder sind wir da schon vorbei ne 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 das Schiff ist äh eigentlich hinter Berenzino nur noch ah ok ah ja stimmt stimmt Richtung Seezunge war das ja hm hm genau genau ein riesen Teil ja und ohne Zombies also zumindest den Tag wo wir es besucht haben ja 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 aber der war ja kein einziger ne so jetzt bin ich im fünften Gang mehr Gänge hat er nicht ja hab grad gesehen 96 97 98 99 mal schön nach vorne gucken nicht ob die Straße liegt ja so knapp 100 Klamotten ja 100 nicht schlecht also 100 Klamotten läuft noch 102 da vorne ist was wir müssen ja bis ähm ja bis am Ende von Berenzino ja 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 wie gesagt wenn wir es nicht schaffen dann suchen wir uns ein schnückliches ruhiges Eckchen und locken uns da aus kommen wir halt erst morgen also ist ja auch nicht schlimm hm hm ja bein ja 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 ey Die Sperre. 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 Die Sperre.